Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. ATH Traverten L bzw. ATH Modell L kennen wir ja schon, sehr sehr gerne genutzt. Für mich war es die perfekte Alternative zu der Mami Bowl. Wir haben ebenfalls eine Lippe für Smokeboxen und das Ding hat 10 Euro weniger gekostet als eine Mami Bowl. Jetzt hat ATH einen neuen Kopf auf den Markt gebracht und zwar das Modell S. Übrigens das L und das S, das ist ein bisschen verwirrend. Ich habe mir das so gemerkt, L steht für die Lippe, auf der die Smokebox liegt und S steht für Smokebox. Ich weiß, das macht nicht hundertprozentig Sinn. Ich persönlich kann es mir so allerdings ganz gut merken. Auf jeden Fall ist das Modell S jetzt am Start und ATH hat einen Kopf rausgebracht, der mal ein bisschen mehr Tabak fressen kann. Wir kennen ja schon den Arena, allerdings war der Arena jetzt nicht perfekt für Smokeboxen und ATH wollte da anscheinend nochmal einen oben draufsetzen. Ob das gelungen ist, das schauen wir uns heute an. Als erstes würde ich sagen, zeige ich euch einfach mal, wie ich das Köpfchen hier gebaut habe bzw. wie ich das Modell S die ganze Zeit schon baue, damit er für mich optimal läuft. So, Kopfbau vom Aquamenta im Modell S. 255 Gramm wiegt das Ding leer. Wir schauen später mal, was reinging. Dann schnappen wir uns unseren Aquamenta, rühren ihn erstmal ordentlich um. Schnitt, Feuchtigkeit, ganz Aquamenta-typisch. Wir schnappen uns locker fluffig ein paar Gabeln Tabak und packen erstmal so ganz grob verteilt noch nicht genau Tabak rein, wie wir denken, dass der ungefähr liegen muss. Oder ungefähr so viel, wie wir denken, dass wir brauchen. Dann schnappen wir uns die Stecherseite von unserer Gabelstecherkombi hier von Case und verteilen einfach mal ein bisschen den Tabak, sodass wir überall gleichmäßig alles liegen haben. Versuchen aber nicht so sehr anzudrücken. Dabei aufpassen, dass nichts direkt auf dem Pfannelloch liegt und auch außen auf dem Rand sollte nichts liegen. Da kümmern wir uns jetzt drum. Da gehen wir einfach nochmal so rum und danach nochmal mit dem C-Watt drumherum. Ich finde, man muss darauf achten, dass man ihn nur ungefähr randhoch baut. Ansonsten ist der Durchzug ziemlich beschissen. So sieht jetzt unser finales Produkt aus. Wie gesagt, ganz knapp unter den Rand. So ein paar Blättchen sind ungefähr randhoch. Und dann wiegen wir abschließend das Ganze nochmal. 273 Gramm haben wir jetzt drinnen. Ja, Kopfbau und Verbrauch habt ihr eben gesehen. Ich finde, er ist relativ easy zu bauen. Je größer das Depot, desto einfacher sind Köpfe in der Regel zu bauen. Der ATH Modell L war da deutlich stressiger zu bauen, weil ihr müsst euch vorstellen, je gröber der Tabak, umso schlimmer wird es in kleinen Depots, den noch gescheit zu verteilen und den schön hinzulegen. Das funktioniert natürlich in einem etwas größeren Depot ein bisschen besser. 25 Euro kostet das Ganze. Es ist deutscher Ton, der in der Türkei handgemacht verarbeitet wird. Es handelt sich um Schamottton. Schamottton ist übrigens einfach ein Ton, der schon mal gebrannt wurde, wieder zu granulat oder halt zerbröselt wurde sozusagen und dann nochmal verbrannt wurde. Es sieht auch nach sehr, sehr schönem Ton aus. Er ist sehr, sehr fein. Die Hitzeeigenschaften sind auf jeden Fall hervorragend. So viel konnte ich in meinen Tests auf jeden Fall schon herausfinden. Und das gefällt mir alles schon ziemlich gut. Verarbeitungsmäßig muss ich auch sagen, ich habe mittlerweile 5, 6, 7 von den Köpfen da und alle waren hervorragend. Das Einzige, was ich wieder ein bisschen bemängeln muss, ist, dass sie unten manchmal ein bisschen breit sind. Ihr seht es auch bei dem gerade. Gutes Beispiel erwischt. Die Kopfdichtung rutscht manchmal rein. Das ist nervig. Passiert halt leider. Da hätte man das unten noch ein bisschen schmaler machen können. Man kann es da aber auch nie jedem recht machen. Es kommt immer darauf an, wie dick ist deine Kopfdichtung, wie dick ist dein Kopfanschluss, wie sitzt deine Dichtung da drauf, welche Dichtung benutzt du. Mit den Kautschubdichtungen, die ich benutze, passiert das allerdings relativ häufig, dass die mir in diesen Kopf reinrutschen. Das war schon beim Modell L so. Das ist auch beim Modell S so. Das nervt ein bisschen. Auf der anderen Seite brauchst du dann keine Kopfdichtung mehr auf der Pfeife. Die ist nämlich schon in deinem Köpfchen, aber halt für immer. Das heißt, wenn ihr nur zwei Kopfdichtungen daheim habt oder so und eine davon dann für immer in eurem Model S oder in eurem Model L drin ist, Model L sind wir bei Tesla oder was? Model S oder in eurem Model L drin sind, ja, dann ist die halt weg. Und dann müsst ihr die da irgendwie versuchen, mit der Zange rauszubekommen oder so. Das ist sehr, sehr nervig. Das ist aber eigentlich auch schon mein einziger Kritikpunkt, den ich an dem Model S habe. Weil ansonsten, Depot finde ich sehr, sehr gelungen. Verarbeitung ist sehr nice. Preis ist auch sehr, sehr nice. Und das Rauchverhalten ist auch wunderbar. Es gibt eine Kleinigkeit, die man beim Kopfbau auf jeden Fall beachten muss. Habe ich euch vorhin schon gesagt. Man darf nicht zu hoch bauen. Ich finde, wenn man den Kopf randhoch baut, ist der Durchzug sehr schnell weg. Und wenn du hier gerade so randhoch baust, ist das schon ein Vollkontakt. Also für Noppenkontakt muss man auf jeden Fall ein bisschen unter den Rand bauen. Dann läuft der Kopf aber hervorragend. Ich kann euch auch nochmal die Rauchentwicklung zeigen. Das hängt aber immer von vielen anderen Faktoren ab, wie in dem Fall zum Beispiel, welches Smokebox benutzt ihr? Wie viel Hitze gebt ihr dem? Wie hoch habt ihr gebaut? Welchen Tabak benutzt ihr? Und so weiter. Aber ich weiß, dass es manche sehen wollen. Deswegen zeige ich euch es nochmal. Ihr seht es. Der Kopf kann rauchen. Ja, vielleicht noch kurz ein paar Worte zu der Konkurrenz von dem Modell S. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele. Also die krasseste Konkurrenz, würde ich sagen, ist der Oblaco. Ich würde sagen, im Vergleich zum Oblaco ist die Performance sogar ein kleines bisschen besser. Was einem besser gefällt, muss jeder selbst wissen. Bei mir gibt es Colorways von dem Modell S, die ich in Verbindung mit manchen Pfeifen, zum Beispiel jetzt der weiße hier auf der Variante, würde mir dann doch besser gefallen als ein Oblaco, wo man unten noch diese tonholzmäßige, also diese sehr braune Tonoptik hätte. Da finde ich das deutlich schöner. Das heißt, für mich wäre tatsächlich die Überlegung zwischen dem Oblaco M und vergleichbaren anderen Köpfen und dem Modell S, welcher sieht schöner auf meiner Pfeife aus. Wenn euch die paar Prozent Performance wichtig sind, dann greift lieber zu dem Modell S. Und was die Verfügbarkeit angeht, ist das Ding hier auf jeden Fall auch tausendmal besser als der Oblaco. Den kann man fast immer kaufen. Beim Oblaco wissen wir ja, dass das manchmal ein bisschen stressig ist. Und 25 Euro für einen Oblaco irgendwo zu bekommen, das ist sehr, sehr schwierig. Der Oblaco ist meistens teurer und von daher geht der Preis-Leistungs-Gewinner auch auf jeden Fall ans Modell S. Rauchdauer hängt natürlich stark davon ab, wie viel Tabak ihr reinballert. Bei mir war das Modell S aber immer für einen kompletten Satz Kohle. Sprich, ich mache drei an, rauche mit drei an, rauche mit zwei dann weiter, bis ich die dritte wieder brauche und lege die dann wieder dazu. Bin ich eigentlich immer auf, ich sage mal, 80 bis 100 Minuten gekommen, je nachdem, wie lange der Satz Kohle dann eben gehalten hat. Aber das war immer sehr, sehr gut. Ich hatte unten noch ein kleines bisschen unverbrauchten Tabak. Hätte man also vielleicht auch noch mal kurz Kohle nachlegen können, da ist halt wieder die Überlegung, wenn ihr wollt, dass euer Tabak komplett verbraucht ist, am Ende vom ersten Satz Kohle, dann wird am Ende vom Kopf halt auch nicht mehr viel Rauch und viel Geschmack da sein. Mir ist es lieber, dass mein Kopf einen kompletten Satz Kohle überlebt und bis zum Ende hin gut raucht und gut Geschmack raushaut, so viel wie eben noch geht und dann am Ende noch ein kleines bisschen unverbrauchter Tabak da ist. Ist ja ganz einfach, wenn ihr am Anfang mit 100% Tabak startet, könnt ihr aus 100% Tabak sozusagen euren Geschmack und euren Rauch schöpfen. Habt ihr am Ende nur noch 2% Tabak, wird dann natürlich auch nicht mehr viel passieren, obwohl noch Kohle da ist. Mir ist es Sorum auf jeden Fall lieber, für mich ein sehr guter Kopf, für mich vom Depot her sehr gut im Einsatz Kohle damit zu verrauchen. All in all, sehr gelungenes Ding von ATH hier, sehr schöne Ergänzung in der Reihe von Köpfen bei ATH und für mich auf jeden Fall ein sehr nicer Kopf geworden. Wenn ihr findet, das war ein sehr nice Video, lasst mich das gerne mit einem Daumen nach oben wissen oder sogar mit einem Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut, eure Shisha WG.